Hallo und einen schönen Nikolaustag! Unser Elf hat sich heute was ganz Spannendes ausgedacht. Unser Elf Lukas sitzt hier auf unserer Eisenbahn und dreht seine Runden. Irgendwann war er mal runtergefallen, weil die Kinder das immer eingeschaltet haben. Aber ich habe eine Grillzange geholt, ohne ihn zu berühren, und ihn wieder reingesetzt. Jetzt dreht er noch so ein paar Runden, bevor er heute Nacht mal wieder an den Nordpol fliegt. Mal ganz gespannt, was er sich für kommende Nacht ausgedacht hat. Wir hoffen, ihr hattet einen wunderschönen Nikolaustag!